Einen wunderbaren guten Morgen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute wieder mit Video und ich sehe hier bei mir auf den technischen Daten volle Pulle Durchgang. Ja, wahrscheinlich liegt es irgendwo am Server von Facebook. Ich habe gestern viel Zeit in das Research verbracht. Es passt alles technisch von der Internetleitung her. Manchmal ist das Server lahm. Da kann ich auf Facebook relativ wenig machen. Wenn hier jemand zuschaut, der da eine Lösung kennt, gerne mal an mich persönlich wenden. Sie wissen, wie Sie mich erreichen können und dann können wir mal gucken, ob wir hier das Ganze lösen können. Wie schon gesagt, wir sind da ein bisschen momentan scheinbar wirklich abhängig vom Server, über den wir hier streamen bei Facebook. Wir machen das ja hier auf Facebook Live. Von der Seite her hoffe ich, dass heute wieder alles beim Alten ist. Meistens klappt ja auch alles. Allen hier einen wunderschönen guten Morgen auch an dieser Stelle. Alle, die hier live zuschauen, meine Einladung wie jeden Morgen auf alle Fälle. Wenn Sie Lust haben, mal den einen oder anderen Wunschschart besprechen zu lassen, dann scheuen Sie sich nicht. Geben Sie das ruhig direkt hier ein in Facebook, im Chat und dann kann ich auch gerne mit Ihnen zusammen auf Ihren entsprechenden Wunschmarkt schauen. Dann gehen wir heute auch direkt mal in die Ideen rein. Nein, apropos Ideen, bevor wir da auf die Ideen eingehen, noch ein ganz kleiner Hinweis. Am Freitag, also morgen, ist ja wieder edukativer Part und da habe ich zwei Dinge auf der Uhr. Nummer eins ist, wir arbeiten ja hier mit dem Metatrader bzw. mit dem Stereotrader und ich werde morgen einfach mal in dem edukativen Part ein paar Dinge zu Tipps und Tricks im Umgang mit dem Metatrader Ihnen zeigen. Ich weiß, hier schauen viele zu, die den Metatrader von Tickmüll noch nicht so intensiv kennen. Das ist ein Werkzeug, mit dem kann man vernünftig traden. Da gibt es viele, viele Sachen, die man in die Charts auch einbauen kann und wir schauen uns das Ganze morgen einfach mal ein. Also morgen ein paar technische Tricks und Kniffe hier im Umgang mit den Metatrader. Und wir bekommen auch ab und an Anfragen zum Thema ESMA-Regelung und da werde ich morgen auch mal ein paar Worte zum Thema ESMA sagen, weil hier hat es ja einige Veränderungen gegeben zum 1. August und diese gebe ich einfach öffentlich hier an dieser Stelle mal im Webinar auch bekannt, weil ich denke, es ist sehr, sehr wichtig oder was heißt, ich denke, ich bin davon überzeugt, das weiß ich auch, so lerne ich das auch denjenigen, die mit mir in der Ausbildung zusammenarbeiten. Man muss genau wissen, was sein Markt macht und was seine Instrumente können und dazu gehört in meinen Augen auch, dass man die Hebelwirkung der Instrumente genau kennt. Und aus diesem Grund sprechen wir da morgen auch einmal drüber, was denn die ESMA-Regelungen hier für uns Trader im Bereich von CFDs, also Hebelprodukten entsprechend, bedeutet. Damit in die heutige Besprechung rein. Wir schauen gleich auf das Silber, wir schauen auf Euro-Japanischen Yen und wir schauen auf den Austral-Dollar, US-Dollar. Zuvor der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Damit zu den Tagesnachrichten. Gestern war ja entsprechend die Fettsetzung, bis zur Fettsitzung hat sich an den Indizes in den USA relativ wenig getan. Das ist normal, der Markt hat da mit Spannung drauf gewartet. Danach gab es so ein bisschen Bewegung hin und her. Ja, das ist normales Prozedere. Was hat das Ganze gebracht? Die Zinserhöhung wurde ganz normal umgesetzt, wie das Ganze besprochen war. Aber es gab jetzt, soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, jetzt keine dramatisch großen Überraschungen von dieser Stelle. Dass man sagt, die Zinsen gehen jetzt im nächsten Jahr brutal nach oben. Oder man hat hier voll die Bremse gezogen bei der Zinserhöhung, weil die Zinsen zu schlecht für die Wirtschaft sind. Die Aussagen habe ich jetzt auf den ersten Blick noch nicht gesehen. Ich mache da nachher nochmal ein bisschen tieferes Research. Aber nichtsdestotrotz, es gab hier keine bösen Überraschungen. Und möglicherweise, das Thema Zinserhöhung Nummer 4 in diesem Jahr im Dezember steht weiterhin auch auf der Uhr. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben drei Viertel der Mitglieder dafür gestimmt, dass es im Dezember noch eine Zinserhöhung geben wird. Wir werden sehen, was da dann kommt. Aber das wird uns alles der Markt entsprechend auch zeigen, wie er darauf reagiert und wie er das Ganze entsprechend auch mittelfristig aufnimmt. Zu den Tagesnachrichten heute. Wir sehen hier unten um 8 Uhr hier in diesem Bereich Thema Konsumklimaindex für Deutschland. Das will ich Ihnen auch gleich mal zeigen hier. Schauen Sie mal, wir hatten hier, das ist jetzt die Website wieder von investing.com. Eine der Seiten, wo ich gerne auf die Wirtschaftskalender schaue. Und das sehen wir hier um 8 Uhr gab es den GFK Konsumklimaindex. Die Prognose war hier eine 10,6. Aktuell steht der bei 10,6. Also das ganze Teil ist erwartungsgemäß entsprechend auch ausgefallen. So, also das jetzt mal zu dazu. Also böse oder gute Überraschungen würden dann gut oder schlecht für den DAX entsprechend sein. Von der Seite her schauen wir mal. Gucken Sie mal hier, der DAX leicht im Plus hier. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das der Kurs von heute ist. Aber völlig wurscht. Wir gucken nachher mal auf den Index. Da werden wir das gleich auch sehen. Was gibt es heute entsprechend noch? Wir bekommen an den wichtigsten Nachrichten um 14.30 Uhr aus den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter und Nachrichten zum Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal. Um 15.30 Uhr spricht mal wieder der Herr Draghi. Und um 16 Uhr gibt es aus den USA das Thema schwebende Hausverkäufe für den Monat August. Und 22.30 Uhr, wohlgemerkt deutscher Zeit, spricht noch einmal der FED-Vorsitzende Paul. Da wird immer ganz, ganz, ganz genau entsprechend auch hingehört. Was gibt es noch hier heute um 14.30 Uhr noch mal Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und um 18 Uhr deutscher Zeit hält EZB Sprät eine Rede. Auch das häufig vom Markt sehr, sehr wichtig empfunden. Also das sollten wir im Hinterkopf haben. Auch, sage ich mal, wenn das nach Handelsschluss deutscher Zeit ist. Das heißt, ich sage mal, die richtige Verarbeitung von dem, was dort dann kommt, wird dann wahrscheinlich erst am nächsten Tag geschehen. Auf der Währungsseite kann das natürlich dann auch gleich entsprechend geschehen. Und was gibt es noch? Ich sehe gerade eins, habe ich vergessen. Wir haben ja immer wieder den Ölpreis auf der Uhr. Schauen Sie hier, heute um 10 Uhr gibt es mal wieder eine Pressekonferenz der OPEC. Auch das kann immer mal so ein bisschen Bewegung in den zuletzt angestiegenen Ölpreis bringen. So, damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt gleich rein, entsprechend in die Chat. Ich sehe gerade im Tickmel heute, ich sehe gerade, ich sehe Comments, aber ich sehe nicht, was geschrieben wird. Jetzt muss ich erst mal kurz schauen. Ah, jetzt wird es mir angezeigt. Bitte um Entschuldigung. Wir haben heute wieder einige Live-Gäste. Alexander, Olaf, Elena, Dirk, Ludger, einen schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich hier immer, wenn ich ein paar Begrüßungen sehe. Und wie schon gesagt, lassen Sie uns ruhig auch über den Kanal entsprechend kommunizieren. Apropos Kanal, wir haben gestern eine Anfrage bekommen zum Thema Hebelwirkung. Wenn derjenige jetzt hier auch zuschaut, wir antworten danach auch mal drauf. Ich weiß nicht, ob es jetzt gehört, dann morgen werde ich im edukativen Teil mal ein paar Sachen auch entsprechend dazu sagen. So, gut, also rein in die Charts würde ich sagen. Auf hier, schauen wir in den Markt hinein und damit direkt hier auch in die Charts. Was habe ich jetzt auf der Uhr? Silber haben wir auf der Uhr. Silber hier, Silber schön im Abwärtstrend. Da hatten wir ja im Langfrist-Chart auch schon mal drauf geschaut, wo der momentan hier notiert, hier unten, so dieser Bereich, das tief war bei 16, entschuldigen Sie, bei 13, 9, 6, 6. Das war wirklich ein Tief der Ewigkeit. So tief haben wir schon eine ganze Weile nicht gestanden. Das war hier im November 2015, waren wir irgendwo in diesem Bereich schon mal gewesen. Aber das ist alles das Weite. Wir wollen ja jetzt hier ins Kurzfristige reinschauen. Und im kurzfristigen Bereich sehen wir aktuell eine interessante Situation innerhalb dieses Abwärtstrends. Ich habe den für Sie mal hier markiert, diesen Abwärtstrend entsprechend. Der lief hier schön nach unten. Der korrigiert jetzt und schauen Sie mal, der notiert hier seit einiger Zeit im Bereich dieses Widerstandes. Hier war dieser Ausbruchsbereich um die 14, 40. Und da sehen wir momentan, der Markt, der geht so immer mal rein, aber so richtig oben drüber raus will er noch nicht oder will er gar nicht. Ich weiß nicht, ob das noch oder ein gar nicht sein wird. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das wäre eine reine Mutmaßung. Wir müssen uns hier wirklich auf das verlassen, was die Marktteilnehmer hier uns anzeigen. Aber wir sehen, die 14, 40 scheint momentan irgendwo so ein Deckel oben drauf zu sein, wo der Markt nicht richtig runter will oder beziehungsweise nicht richtig drüber will. Also er tingelt dort entsprechend drumherum. Ich mache das Ganze mal kurz etwas größer, damit wir hier ein bisschen das Ganze besser auch sehen können. Was ist hier interessant und spannend an dieser Stelle? Interessant und spannend an dieser Stelle ist folgendes. Wir sind ja jetzt hier momentan in einem Abwärtstrand, der jetzt korrigiert wird. Ich meine, das ist jetzt keine riesengroße Spanne hier. Wir hatten das Hoch bei knapp 15 und das Tief bei knapp 14. Das heißt, das ist ein Dollar. Da kann man jetzt nicht mit gigantischen Ausmaßen rechnen. Na, hier war der Weg von oben nach unten deutlich mehr. Aber nichtsdestotrotz, es ist wie es ist. Wir haben jetzt ungefähr 50% von der ganzen Bewegung hier kontrolliert, korrigiert. Der Markt schlich hier so Stück für Stück nach oben. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was hier passiert. Nummer 1, was passieren kann, ist, wir wuppen hier oben drüber. Das heißt, der Markt springt über die 14, 40 drüber, etabliert sich auch darüber. Dann wäre es so, dass das ganze Teil hier eine Unterstützung wird. Und dann haben wir die Chance, hier über die Tageshochst auch die Korrektur noch ein bisschen weiter auszubauen. Das heißt, nach oben zu laufen. Nächster Anlaufpunkt wäre dann das Tageshoch hier drüben, wo der Mauswerkrad ist, bei Kursen von um die 14, 72. Das wäre mal so der Anlaufpunkt. Danach kann es hier weiter hochgehen in die Marke von ungefähr 14, 80, bis wir dann hier oben ranlaufen. Hier oben, oben drüber wäre dann natürlich der Bruch dieses Abwärtstrends. Das ist mittelfristig. Sie sehen ja, wie langsam der Markt schleicht. Also das kann im Extremfall auch eine ganze Weile dauern, bis wir hier drüber laufen, wenn wir überhaupt kurzfristig drüber laufen. Also wir werden sehen, was ist. Das wäre mal die Oberseite. Springt der Markt allerdings von diesem Support- bzw. Resistance-Level wieder nach unten weg, dann wäre es entsprechend hier das Zeichen, dass der Markt die Bewegung nach unten wieder aufnehmen kann. Und das wird dann für Sie als aktive Trader doch, denke ich, relativ interessant, weil wir haben ja auf der Unterseite einige Tagestiefs liegen, wo der Markt auch mal ganz schnell entsprechend ranlaufen kann. Sie sehen ja, wie dynamisch manche Kerzen auch nach unten laufen. Da kann es dann relativ fix gehen. Und was wir hier halt auch sehen ist, dann schauen Sie, wir haben hier abfallende Hochpunkte in diesem Bereich und wir haben jetzt hier heute schon ein tieferes Tief als gestern. Auch wenn die Kerze jetzt auch erst einmal nach oben läuft, da sehen Sie so diese Unentschlossenheit der entsprechenden Markthernehmung. Aber das gibt für die kurzfristig agierenden Trader, gibt das auf der Unterseite doch einige interessante Punkte, wenn der Markt nach unten läuft, weil wir haben hier diese Tagestiefs sehr, sehr eng aneinander liegen. Und das kann dann durchaus für Dynamik sorgen. Wenn die Dynamik nach unten dann deutlich auf uns zukommt, dann wäre als nächster Punkt hier unten die Unterstützung, um knapp 13,97 mit anzulaufen. Das heißt zu sehen als Wegpunkt, wo man sagt, entweder es schiebt dort unten drunter oder der Markt, der tingelt wieder so ein bisschen hin und her oder er springt zurück. Man weiß es nicht, bis dahin ist einfach noch ein bisschen Platz. Aber wir haben jetzt hier ein Spannungsumfeld, das sich möglicherweise in die eine oder andere Richtung auflösen kann. Und aus diesem Grund ist das Ganze sehr, sehr interessant. Wie schon gesagt, auf der Unterseite wahrscheinlich eher für die kurzfristig orientierten bzw. agierenden Trader. Wenn dort Volumen reinkommt, dann kann es durchaus schön nach unten gehen. Warum sage ich nach unten? Wir haben halt nach oben nicht ganz so viel. Ich meine gut, wir haben hier zwei Tageshochs aneinander liegen, aber wir haben ja immer noch dieses Widerstandslevel, wo der Markt nicht so richtig raus will. Und der nächste Ruck nach oben ist halt doch ein ganzes Stückchen weg, mal verglichen mit dem, was wir auf der Unterseite haben. Und aus diesem Grund scheint mir die Unterseite doch ein bisschen interessanter zu sein. Aber ich kann nicht genau sagen, wo es hingeht. Deswegen schauen wir einfach drauf und bitte handeln Sie dann entsprechend Ihre Setups. Das heißt, wenn wir uns das Ganze in der Stunde mal anschauen, da sieht man halt, in der Stunde ist da nicht so wirklich extrem viel zu holen oder zu machen, weil der Bewegungsrand oder die Bewegungsstellen halt auch relativ knapp sind. Aber wir sehen halt hier in der Stunde schon mal diesen nach unten laufenden Markt. Der hat jetzt hier hoch korrigiert, dreht wieder rum. Und für diejenigen, für die das Ganze interessant ist, hier entsprechend zu traden, die können halt sagen, okay, die Stunde läuft jetzt beispielsweise schon wieder abwärts. Wir haben schon ein ganzes Stück der Stunde entsprechend nach unten jetzt gegangen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal ausmessen, hier an dieser Stelle mal von hier unten die Bewegung, die Korrekturbewegung nach hier oben abmessen, da haben wir schon ein ganzes Stückchen wieder weit weggenommen. Hier bis runter, da sind wir über 40 Prozent davon runtergelaufen. Jetzt sehen wir hier so ein bisschen Tingelei. Aber, und das ist ja das Interessante, wenn wir halt merken, hier oben so an der Stelle dreht der Markt rum, dann guckt man einfach in die kleinen Zeiteinheiten rein und dann nimmt man das, was hier oben rumdreht. Und schauen Sie, hier war der Rumdreher da. Wir hatten hier Bewegung, Korrektur, hier war die Trendentstehung. Und dann schobst den Markt massiv nach unten, der 5-Minuten-Trend ist gebrochen worden. Also interessante Sachen kann man hier in den kleinen Zeiteinheiten sehen, wenn man diese Einordnung entsprechend in die Charts, beziehungsweise in die entsprechenden Zeiteinheiten, die Sie entsprechend hier betrachten, auch mitmachen kann. So, jetzt muss ich hier erstmal schnell das wieder rausnehmen. Zack, weg damit. Wir brauchen jetzt hier ein bisschen Ordnung im Chart. So, da haben wir das Ganze. Also das zum Silberpreis. XAG, US-Dollar, das Kürzel. Übrigens, wen das interessiert, wie der Silberpreis hier entsprechend zu handeln ist, beziehungsweise wie die Kostenstrukturen im Silberpreis sind, da gucken wir einfach mal zusammen an dieser Stelle auf die Website. Auf der Website von Tickmill sehen Sie natürlich auch meinen Blog-Eintrag von jeden Morgen. Aber wir schauen jetzt hier mal auf die Instrumente. Da klicken wir einfach mal rein. Da sehen Sie die Übersicht über alles, was es hier gibt. Und da schauen wir jetzt mal auf die Edelmetalle, weil wir ja hier gerade im Silber entsprechend sind. Und da haben wir hier beispielsweise Gold und den Silberpreis. Und hier sehen Sie zum Beispiel einmal, was hier die Standardgrößen sind, was entsprechend ein PIP-Wert ist. Und wenn wir jetzt mal auf Silber entsprechend klicken, eine kleine Sache wollte ich Ihnen noch zeigen. Schauen Sie, hier unten haben Sie entsprechend auch das Thema der Margin, die Leverage für Gold hier beispielsweise beträgt 1 zu 20, während die Leverage für Silber 1 zu 10 beträgt. Also auch da sehen Sie relativ schnell und relativ einfach, wie hier die entsprechenden Hebelwirkungen auch sind. Und wenn Sie dann hier einfach mal auf den Silberpreis klicken, da sehen Sie hier alles, was Sie dazu brauchen, alles, was Sie dazu haben müssen. Sie sehen den aktuellen BIT, den aktuellen Ask-Kurs, Sie sehen den Spread dazwischen, hier das ganze Leverage-Technische. Also alles, was Sie brauchen, sehen Sie hier an dieser Stelle. Wenn Sie da eine Frage dazu haben, können Sie direkt hier nachgucken und finden innerhalb von Sekunden entsprechend die Antwort auf die Frage nach diesen Themen. So, gut, nun zurück in den nächsten Chart. Wir gucken jetzt mal in die Währung hinein, Euro, japanischer Yen. Die Währung haben wir nicht ganz so oft hier auf dem Schirm, aber es ist mal Zeit reinzuschauen, weil es eine interessante Chart-Situation hier an dieser Stelle gibt. Jetzt muss ich nochmal hier ganz kurz das zumachen. Was ist interessant? Auf den ersten Blick, wenn man jetzt mal so reinschaut, sieht man ganz klar, naja, langweilige Seitwärtsphase. Die Seitwärtsphase kommt aus der Woche, relativ gut ersichtlich. Schauen wir mal, hier haben wir den entsprechenden Abwärtstrand in der Woche. Der hat hier unten seinen Boden gemacht. Jetzt ist der, hier sind wir drüber gelaufen, aber hier oben in diesem Bereich war so, naja, da oben wollte er nicht richtig drüber, hier unten nicht richtig drunter. Breiter Schwankungsbereich. Aber immer dann, wenn die Schwankungsbereiche so breit sind, kann man hier in den untergeordneten Zeiteinheiten doch den ein oder anderen guten Trade machen. Und was wir hier an dieser Stelle sehen, ist momentan die Situation, dass wir hier oben bei der 133.162 den Deckel drauf haben und unten hatten wir den Support bei 125.185. So, wir sind jetzt hier oben dran gelaufen und hier oben wollte der Markt nicht so richtig rüber. Wir notieren jetzt hier aktuell in diesem Support-Level um die 131.817 an dieser Stelle. Und hier ist der erste Punkt, wo es interessant werden könnte, weil was wir hier jetzt sehen, ist Nummer 1. Es ist definitiv ein Abprall. Diejenigen, die das Ganze jetzt hier sehen, die werden sich jetzt wahrscheinlich sagen, Mensch, da könnte man ja auf die Idee kommen, hier oben auch zu traden nach unten hin. Ja, machen Sie das. Da oben ist ein Deckel drauf. Widerstände und Unterstützung sind wichtige Sachen, wo man gerade auch im kurzfristigen Bereich immer schön Bewegung reinkriegt. Wenn wir uns dieses Oberteil mal hier im 5-Minuten-Trend anschauen, da sehen wir, warten Sie, ich mache es kleiner, damit wir es sehen, da sehen wir, was hier oben passiert. Der Markt duzt rein, zack, runter. Hier oben rauch ran, wupp, ging es gleich wieder runter. Da kann man doch, wenn man als kurzfristiger Trader unterwegs ist, sich da oben immer ein Stück vom Kuchen abschneiden. Und das ist doch hochinteressant, was man da an diesen Stellen sehen kann. Und dann entsprechend natürlich, das ist wichtig, das sage ich an dieser Stelle auch immer wieder, bitte, wenn Sie in den kleinen Zeiteinheiten traden, die Ziele auch entsprechend legen. Nicht, dass Sie sich ein Ziel suchen, was irgendwie meilenweit weg im Tagesschart liegt. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der kleine Trader einfach in die Hose geht, weil der Trend dort rumdreht und einfach diese Bewegung zu Ende ist. Das muss alles zusammenpassen. Wir schauen hier nur auf interessante Stellen im Chart. So, jetzt zurück in den Chart rein. Was haben wir aktuell? Auf der Oberseite, hier. Auf der Oberseite haben wir jetzt diesen Widerstand gehabt. Wenn der Widerstand irgendwann mal nach oben durchwuppt werden sollte, hier oben, das Wochenhoch 133,782 liegt dann als nächstes in greifbarer Nähe. Also, da ist nach oben hin gar nicht so weit weg. Aber jetzt sind wir ja nicht dabei, dass wir oben drüber gehen, sondern aktuell stehen wir ja an der Stelle, dass wir eine gesunde Korrektur sehen. Eine gesunde Korrektur von was? Schauen wir mal. Hier haben wir einen Aufwärtstrand. Der Aufwärtstrand ist relativ weit gelaufen. Der muss halt auch mal korrigieren. Und hier sehen wir beispielsweise hier auch die letzte Bewegung in der Stunde. Also, die Bewegung ging hier hoch, dann gab es Korrektur, dann ging es nochmal nach oben jetzt runter. Jetzt haben wir den Stundentrend definitiv auch nach unten gebrochen. Das heißt, wir sehen hier eine Korrektur im Stundentrend. Die verweilt momentan hier unten. Wenn der Stundentrend hier schon wieder rumdreht, wäre das in meinen Augen ein Zeichen von doch deutlicher Stärke. Wenn der weiterläuft, nächster Anlaufpunkt, mal bezogen auf diesen Trend hier, auf diesen grün eingezeichneten Trend, da hätten wir das nächste Anlauflevel hier unten bei 130,821. Das ist eine Marke, die der Markt gern anläuft. Fragen Sie mich nicht, warum. Es ist einfach ein Erfahrungswert. Der Markt läuft häufig dort ran. Es ist kein Garant, dass er es tut. Es ist auch kein Garant, dass er dort rumdreht. Aber es ist erst einmal ein Anlaufpunkt. Und für diejenigen, die nach unten hin traden, wäre das halt eine Möglichkeit, hier auch einmal Gewinnmitnahmen zu tätigen, weil man halt weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass wir dort auch einfach wieder ran drehen oder rumdrehen, vielleicht mal rein spiken, wie auch immer. Solange wie Ihre Gewinnmitnahme-Order dort liegt, ist ja alles schick. Also von der Seite her ist es interessant. Schauen wir uns das Ganze mal im Stundenchart an. Das ist ja das, was ich gerade auch gesagt habe, dass der Stundenchart definitiv nach unten unterwegs ist. Und da sehen wir das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Wir haben hier sozusagen den Markt nach oben laufen gehabt. Wir hatten sozusagen hier das Korrektur-Tief. Wir hatten hier oben den Hochbereich. Jetzt läuft das Ganze runter. In der Stunde haben wir jetzt sozusagen hier diesen ganzen Schub nach oben durchbrochen. Und der Markt läuft nach unten. Hier gab es diesen massiven Schub. Möglicherweise kriegen wir jetzt hier erstmal ein bisschen Korrektur. Und diejenigen von Ihnen, die das Ganze hier entsprechend auch traden wollen, sozusagen das Ganze nach unten nehmen, die können dann halt jetzt beispielsweise schauen, was macht der Markt hier? Läuft er hoch? Und wenn der 5-Minuten-Trend beispielsweise nach unten rumdreht, das wäre dann die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Markt nach unten läuft und dann hier entsprechend das Ganze nach unten auch begleitet. Wenn wir uns das in der Stunde mal anschauen, hier beispielsweise, und auch mal sehen, wo sind denn jetzt, wo wären denn dann gute Level? Ich mache mal ein Beispiel, was man hier an dieser Stelle auch nehmen kann. Dazu ziehe ich den Schad mal, oh, das wollte ich jetzt nicht. Dazu ziehe ich den Schad mal ein Stückchen rüber. Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz gucken, dass ich das entsprechend auch rübergezogen bekomme. So, machen wir das so und so. So, jetzt haben wir die Situation, beispielsweise der Markt läuft hier so bis dahin nach oben und dreht dann entsprechend wieder nach unten. Also hier dreht er rum in den 5 Minuten. Dann können wir halt beispielsweise sagen, okay, hier dreht der 5 Minuten Trend rum, hier kriegen wir unseren Entry und die Absicherung, beispielsweise, wer jetzt die Stunde tradet und sagt hier oben, ich will so lange in der Stunde bleiben, wie die Stunde läuft. Wenn die Stunde bricht, dann muss ich da raus, dann wäre das halt entsprechend das Absicherungslevel, weil hier würde der Stundentrend gebrochen, wenn der Markt da drüber läuft und ansonsten dreht das ganze Ding nach oben rum. Ziele wären dann erstmal, wenn man sagt, der Trend soll sich fortsetzen, muss er ja hier unten drunter laufen. Also hier unten, das wäre dann beispielsweise mal ein interessanter Bereich für eine Gewinnmitnahme in diesen Stellen, weil wenn man sagt, der Trend setzt sich fort und man sagt, da muss er ja dort drunter laufen, dann weiß man halt, okay, da läuft er dann auch drunter, wenn der Trend sich fortsetzt. Und wenn man da aus der tiefen Korrektur entsprechend reinkommt, geht das Ganze relativ gut zu machen. Das können Sie übrigens hier im entsprechenden Stereo Trader auch relativ einfach machen, indem Sie hier beispielsweise sagen, okay, hier können Sie sozusagen hier reingehen entsprechend und dann hier Ihre Orders reinlegen. Das heißt, Sie klicken einfach nur hier in diesen Balken rein, ziehen hoch und runter. Das Ganze auf der anderen Seite im roten Fall, wenn Sie in die rote Seite klappen, das wäre dann sozusagen das Verkaufslimit. Das heißt, hier oben wäre dann der Markt, wo Sie dann verkaufen würden, wo Sie eine Verkaufsorder hin platzieren könnten. Also all diese Dinge können Sie relativ einfach entsprechend ziehen und dann in den Markt als Setup auch reinlegen. Gut, also das zum Euro-japanischen Yen und mal eine Idee, wie Sie das Ganze entsprechend auch umsetzen können. Wie schon gesagt, wenn es da nach unten läuft etwas, dann könnten wir hier etwas tiefere Korrektur sehen in diesem Bereich hier bei diesem grün eingezeichneten Aufwärtstrend. Im größeren Bereich hier oben natürlich der Abprall des Ganzen. Aber wenn der Ganze dann von unten rausläuft, haben wir dann halt auch gute Chancen, dass wenn der Markt rumtritt und nach oben läuft, dass wir hier oben ranlaufen, dass wir über diese Marke hier oben über diese 133,162 drüber laufen. Das kommt dann aus der Korrektur heraus. Also Sie sehen, es gibt hier in beide Richtungen doch interessante Sachen, die wir zum Traden gut nutzen können. Also das Ding auf die Watchlist legen. Im kurzfristigen haben wir gerade den Abwärtstrend. Im mittelfristigen haben wir hier den aufwärtslaufenden Trend, der gerade in seiner Korrektur ist. Und damit gehen wir in das zweite Währungspaar für die heutige Live-Session hier. Und zwar ist das der Austral-Dollar, US-Dollar, den hatten wir ja auch schon einige Male. Und hier haben wir aktuell die Situation, dass der Markt mit der SMA50 gut interagiert. Ich lege Ihnen die mal eben ganz kurz rein. SMA50. Hier, schauen Sie mal, was wir hier momentan haben. Wir haben hier die Situation, dass wenn wir mal so ein bisschen in die Chart-Historie im Tagesschart reinschauen, wir sind immer dann, wenn wir an diese SMA50 herangelaufen sind, dreht der Markt nach unten ab. Und genau das ist das, was wir momentan auch wieder spielen. Heißt also, der Markt kommt von dieser SMA ran und dann runter in die entsprechende übergeordnete Trendrichtung. Und da sehen Sie, ist der Markt gerade jetzt wieder an einer Stelle, wo er gestern hier rüber geschupft ist und dann zack komplett abverkauft wurde. Und jetzt aktuell notieren wir hier unten wieder an einem Support. Hier unten sehen Sie ja, das ist ein Aufwärtstrend. Hier ist der Aufwärtstrend sozusagen gebildet worden. Da springt der Markt gerade hin und her. Da weiß man nicht genau, ob er einfach nach unten durchläuft oder nicht. Aber wir haben hier die interessante Situation, dass der Markt uns sagt, ich will gerade nicht so richtig oben drüber. Heißt also, wir haben die Chance, dass der Markt hier diese Bewegungsrichtung, also vom übergeordneten Trend, an dieser Stelle wieder aufnehmen wird und dann natürlich nach unten weiterläuft. Und das ist natürlich interessant, weil wir hier dann das Potenzial nach unten haben. Zum einen haben wir das erste Mal hier. Innerhalb dieses Aufwärtstrends ist das natürlich nur eine Korrektur. Aber wir haben hier oben die Umkehr und wenn die Umkehr nach unten kommt, dann schiebt es das ganze Teil nach unten weg. Wenn wir uns das Ganze mal in der Woche beispielsweise anschauen, schauen Sie, hier sind wir hochgelaufen und jetzt bekommen wir hier eine Umkehrkerze auf Wochenbasis. Über die Kraft der Charts in der Woche hatte ich ja schon das ein oder andere Wort verloren an dieser Stelle. Und das ist das Bild, was wir hier gerade sehen und da können wir uns jetzt wirklich auf die Lauer legen und sagen, gut, hier drückt es jetzt so Stück für Stück nach unten. Hier, das war ein bisschen hässlich, diese Spikes. Die passieren immer wieder im Währungshandel. Das wissen Sie. Da muss man einfach mal schauen, was der Markt nach solchen Spikes macht. Aber wir sehen ja hier komplett Abverkauf. Jetzt drückt der Markt hier langsam wieder runter und das ist dann interessant nach unten zu laufen. Wenn der Markt hier die ganze Richtung nach unten wieder einstrebt, das Ganze mal in der Stunde angeschaut, da sehen wir halt hier an dieser Stelle den Abwärtsschub. Dann wird jetzt hier ein bisschen Korrektur wahrscheinlich kommen. Wir sehen das ja gerade und wenn das ganze Teil wieder rumdreht aus der Stunde, das wäre dann ein Indiz dafür, dass der Markt wirklich nach unten möchte und dann können wir sagen, aus der Stunde heraus hier in den Markt nach unten zu traden. Das war jetzt Korrektur tief gelaufen, jetzt weit nach unten gelaufen, jetzt wieder ein bisschen Korrektur und dann aus der Korrektur raus, schön entsprechend nach unten in den Markt und dann haben wir hier die Bewegung homogen, Tag und Stunde in die gleiche Richtung. Das heißt, der Tag läuft ja schon nach unten, die Stunde dann auch wieder nach unten und wir haben dann nach unten hier doch noch einiges an Potenzial, weil wir stehen jetzt hier gerade bei 0,72. Wir haben nach unten hier die nächste Unterstützung dann bei 0,71, 4,25 und hier das Tief dieses aktuellen Abwärtstrends bei 0,70, 8,94. Also da haben wir schon noch deutlich Potenzial auf die Unterseite, wenn der Markt das abräumt, wenn man das mal so sieht. Ungefähr das Dreifache von dem, was wir momentan jetzt hier oben haben, läuft nach unten noch mit. Also da kann doch einiges gehen, wenn der Markt weiter schwach bleibt und aus diesem Grund ein Chart, wo man gerne einmal auf diese Stelle auch reinblicken kann. So, mit Blicken schaue ich jetzt einmal in den Markt hinein. Ah, ich sehe gerade, Elena, du freust dich mich zu sehen. Schön, danke für das Lob. Es ist immer schön, wenn sich jemand freut, mich zu sehen. Da weiß ich, dass ich auch gern gesehen bin. Also für heute damit zu Ende. Allen gute Trades, einen entspannten Donnerstag und ja, morgen ist Freitag, dann geht es aufs Wochenende zu, aber morgens wartet dann natürlich noch die Handelsvorbereitung hier mit dem Blick auf die Tagsnachrichten, mit ein paar Handelsideen für den aktuellen Freitag, dann mit dem edukativen Part, mit dem Chartcheck der großen Indizes und natürlich mit dem Nachrichtenvorausblick für die Folgewoche. Also Sie sehen, picke, packe, vollgepackt wieder morgen unser Webinar am Freitag. Da könnt ihr sich schon drauf freuen. Ich freue mich, auf viele Live-Zuschauer und sage jetzt hier für heute, machen Sie es gut, schweiten Sie ordentlich und freuen Sie sich an den Bewegungen des Marktes. Bis dahin, eine gute Zeit, Ihr Mike Seidel.